Jungs, komm mal her, ich spiel mal hier. Wie sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm noch mal, komm, spiel mit hier. Hier, machen wir ein kurzes Feld hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Machen wir da fünf Schritte ein bisschen. So ungefähr. Und da noch an die Ecke. So. Früher waren wir die Jüngsten. Also, Ball muss erobert werden und zwei Kontakte. Weiter ist noch nicht aus. Muss erobert werden. Ja, ja. Oh! Er ist frei, ja. Erobert. Oh, zwei. Dafür spielen wir auch Risiko. Eins, zwei. Ja, auf dem Feld lässt sich natürlich sehr viel variieren. Drei gegen eins, vier gegen eins, vier gegen zwei. Kommt drauf an, wie viele Leute man hat. Entscheidend ist, dass man das Feld nicht zu groß und nicht zu klein macht. Dass man ein bisschen Spielfluss kriegt, dass man Spielfluss kriegt und dass vor allen Dingen auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Bis zum nächsten Mal.